Achtung, Achtung, die Feuerwehr kommt. Ja. Aha. Okay, jetzt haben wir einen zweiten Tempelstein. Warte, den müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder runterbringen und wieder losfliegen lassen, weil die Teile hier, die Kreise sind ja immer noch da. Mal gucken. Wir haben jetzt einen zweiten Inventar. Diesmal will ich es nicht verpassen, ich komme jetzt mit. Ja, mach mal. Bist du dir straight behind me? Hm. So. Äh. Da. Da ist the table. Ja. Können die placeen. So, jetzt müssen wir bestimmt wieder füllen. Ja. Unity Schaufel. Ha, guck mal. Hier, hier, hier stand gerade, hier. Hier ist jetzt ein Haufen. Wir brauchen eine Schaufel. Okay, warte, dann lass uns einfach Schaufeln suchen. Ich wette mit dir, ich wette mit dir, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich gebe das noch nicht ganz auf, dass die Schaufel da am Anfang im First Room nichts zu bedeuten hat. Ja, hier liegen mehrere Haufen jetzt rum. Ich habe gerade drei. Ja, okay. Ja, dann müssen wir bestimmt den nächsten Tempelstein irgendwie ausspuddeln oder so. Ja, ich sehe es gerade auch. Es sind richtig viele hier. Ja. Ja, so, jetzt, äh, wirklich, ich gebe das gerade nicht auf. Ich gehe jetzt mal wirklich an die Bank und gucke, ob ich die nehmen kann. Mach mal. Aber ich habe auch schon einige Schaufel gesehen. Nee, ich kann die nicht nehmen. Ich kann die nicht nehmen, nee. Warte, ich will jetzt aber kurz gucken, fliegt jetzt hier wieder ein Tempelstein gerade rum? Nee, anscheinend nicht. Nee, die sind jetzt schwarz, die sind wieder schwarz. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir damit nichts mehr machen. Okay, dann müssen wir die Schaufel suchen. Wäre auch fast schon ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt immer mit jedem dasselbe machen. Ja, dann lass uns doch mal Schaufeln suchen. Das war hier? Ach so. Hier ist eine Schaufel, aber die kann man auch nicht nehmen. Hier sind halt extrem viele Schaufeln, das ist, äh, das Problem. Ja. Hier ist wieder eine Schaufel, die geht aber auch nicht. Naja, wird ja wahrscheinlich auch wieder... Wo würde die auserwählte Schaufel... Wo, wenn ich die auserwählte Schaufel wäre, wo würde ich liegen? So, hier ist eine Schaufel. Feinaktivierung, kann ich die bitte haben? Nein, okay. You need a Schaufel. Hier ist noch eine Schaufel, geht auch nicht. Hier sind einfach... Ah, ich habe eine. Ja? Ja. Okay. Weil dann laufe ich jetzt hier einmal runter und dann gehe ich mal den ganzen Weg, weil das ist nur auf dem Weg, die... die Haufen, ne? Sonst sind die keine. Probier mal gerade, ich dürfte doch jetzt eigentlich... Auch Schaufeln. Nee, ich muss eine eigene haben, weil da hier steht auch You need a Schaufel. Ah, okay. Ich komme hier auf, so. Dann buddeln wir doch mal. Nichts. Ah, Zombie. Ja, lauf du jetzt vor. Ja, halt da, halt da. Okay. Nichts. Nichts. Ich bin übrigens so ein bisschen langsam, weil ich Angst habe, in den Nuke oder sowas reinzulaufen. Ja. Hä? Ich habe alles weggeschaufelt. Oder geht... ist in dem anderen Weg quasi auch noch was? Das kann gut sein, dass das in den anderen Gängen auch ist. Ja, okay, dann... Let's see. Äh, ach da. Ja. Tatsache, ne? Mhm. Hm. Ja, da hier ist nichts, dann müssen wir hier wieder runter. Ja. Vielleicht müssen wir auch einfach nur alle weggraben. Ah, hier ist was. Ja, pick up Raycoin. Das war wieder so ein special Ding. Ich hau mal rein. Aha. Ah. The machine is no longer working. Äh, was? Hä? Ja. Äh... Ach komm. Hätt's nicht mal so einfach sein können. Ich hab auch grad gedacht, Alter, jetzt sind wir... Warte, hier! Ja, jetzt gehen die Fuseboxes, die ich schon die ganze Zeit... Oh. Nimm mal den Zombie... Das wär's, ähm... Okay. Davon hab ich nämlich schon einige gesehen. Die müssen wir jetzt alle reparieren. Okay, hör mal. Hier ist einer out of the map, oder? Nee. Hier oben sind auf jeden Fall auch welche davon. So, hier in dem Haus ist hier einer. Hinten bei dem einen Bazooka-Spot ist auf jeden Fall eine Fusebox. Und bei... In dem... In der... Halle da, bei den... Bei Double Tap ist glaub ich auch einer. Ja, hier ist einer. Du musst nur aufpassen, du legst dann die Waffe weg und kannst es auch nicht abbrechen. Ja. Ah ja, ich seh's grad. Okay. Ja, ich hab einen grad repariert. Die Frage ist, wie viele gibt es? Pfff. Also drei haben wir jetzt. So, ich würde jetzt in die Bar reingehen und da nochmal gucken. Warte. Geht wieder. Ah, ich komm runter. Es waren nur die drei tatsächlich. Ja, das ist ja... Bin ja völlig unterfordert. Was ist denn los auf einmal mit dem Mapper? Der lässt ja stark nach jetzt, ne? Spaß. Direkt erstmal gleich einen Robo-Dock erst mal kriegen, ne? Mhm. Für die Aktion, die ich gerade gemacht hab. So. Ich hab das Gefühl, wir können jetzt gleich mit dem Ding fahren oder wir können dann da runter laufen. Ja, ist rein. Möglich. Fährt runter. Achtung, Zombie kommt hinter dir. Dein Schild ist auch kaputt, weil du es noch nicht weißt. Oh. Ah, ja. Ja. Okay, kommt. Ah. Ja, ein Tempelstein. War alles klar. Okay, warte, dann bringe ich den eben wieder... Achso, in welche Richtung? Ne, warte, wir können auch hier lang. Geht auch. Dann müssen wir den jetzt platzieren und dann kriegen wir irgendwas. Wir haben alle Quest-Items und wir haben alle Tempelsteine. So. Charge Key. Oh. Was zur... Wow. Ich warte, Todbringer, Todbringer. Ach du Heiliger. Alter, Finne. Jetzt geht's aber richtig zur Sache hier. Warte auf, hier ist dazu noch ein Robo-Dock. Bam, das wär doch awesome. Oh, hör auf. Hör mir bloß auf. Alter, wie viele wollt ihr denn noch spawnen? Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab keinen Todbringer mehr. Ist schlimm. Ja, ich frage mich auch gerade, ob wir... Aber ich glaube schon, dass wir den nur töten müssen. Oh, meine... Ding ist, ist leer. Ich muss mich mal ganz schnell verpissen hier. Wir sind weg? Nee. Nee. Spawn noch. Warte, ich... Schütz mich mal eben. Ich hab Instac als Kaugummi. Okay. Oh, ich hab keine richtige Waffe. Das fackt gerade ab. Pass doch. Okay, okay, okay. Ey, hier sind noch ein paar. Ach so, die wollen an die Dings ran. Ja. An die Steine. Auch gerade gesehen. Warte. Ich hab noch ein Wester. Wir müssen uns tatsächlich beschützen. Ja, ist fertig glaube ich, oder? Oder gefailt. Ey, wir haben die... Oh, da ist der Summoning Key. Ja, er kommt runter. Ja, wir können den nehmen. Okay, wir haben den Summoning Key. Ja, ich weiß auch, wo der eingesetzt werden muss. Bei der Bar unten. Da ist ne Tür. Ich weiß bloß nicht, ob das schon der Bossfight ist. Ja, ich auch nicht. Ich würd vorher gerne nochmal den Kaukommi automat spielen. Ja, ja, definitiv. Ich würd auch gerne meine Tigern punchen, weil sonst hab ich ein bisschen wenig Muni da drin. Warte, ich will nur mal gucken, ob da was steht. Ne, hier steht nichts. Aber ich denke mal, weil das hier direkt so... Da ist einfach... Da fehlt irgendwas in der Mitte. Ich denke mal, den muss man da einfach einsetzen und dann gebeam. Hast du einen Affen geworfen? Ja. So, hab extra süchtig. Druckbringer. Ich will auch gleich nochmal gucken. Es gibt ja... Man kann ja auch die... Ähm... Atomwaffen noch upgraden. Vielleicht guck ich mir da gleich mal das Tutorial an. Dass wir das noch machen. Beim Bossfight gibt es das auf jeden Fall. Da steht in der Map drin. Und dann... würde ich lieber... Wer weiß, was uns da erwartet, ne? Lieber... ... richtig auf die Fresse gehen. Leit ihn auf. Wir haben nur einen Paygrade aufgenommen. Okay, okay. So, ich kann auf jeden Fall schon mal punchen. Das ist schon mal gut. Oh, rund kommt. Oh, perfekt. Wenn ihr da einfach runter fliegt, das ist so cool. Das ist wirklich einfach nur cool. Okay. Next round. Okay. Ah! To place... Äh... Wir müssen den placen hier auf der Map. Erinnerst du dich an diese... An diese Kelche? Ja. Da kannst du es einsetzen. Ich mach mal, ja? Wann mal... Kommt noch einer? Oder nee, warte. Lass uns mal den... Nee, ich hab den schon tot gemacht, weil... Ich hab ja mit der Raygun den weggehauen, deswegen... Ja, hier oben kann man das jetzt ähm... Platzieren. Ich mach mal. Oh ja, hier spawnen wieder welche. Ja, war klar. Warte. Wow! Okay, ich muss mal einen Affen werfen. Ja, vielleicht hätte ich ihn nicht unbedingt da oben hinwerfen sollen. Oh, oh, fuck. Ja, klar! Wie schnell war ich denn bitte down? Guck, 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 okay. Alles gut. Oh, Insta. Mega. Mega nice. Oh, hinter dir ist ein... Keeper. Ja, war halt so... Oh, Mann. Warte kurz nachladen. Okay. Okay. Alles gut, wir haben das. Oh, das ist die Keeper. Achtung. Okay, okay. Ach, vielleicht geh ich auch gleich mal den Kaugenautomaten hitten, bis ich mal ein Max-Ammo-Ding hab für den Bossfight auch. Oh, Achtung, von der Seite. Ja. Es dauert aber auch immer richtig lange, ne, bis die mal durch sind mit einem Vorgang. Ah, ich kann ihn nehmen. Fertig, Sir. Warte mal, ich will mal kurz eben punchen hier. Achso, die ist gerade weggegangen wieder. Weil dann müssen wir das jetzt bei jedem Kelch machen, das wäre ja heftig. Das wäre mega belastend. Obwohl, wie viele gibt's denn? Drei? Hier in der Fabrik ist einer auf jeden Fall und unten ist einer. Ja doch, das brennt hier auch. Ja, müssen wir. Da muss ich aber punchen, damit ich Money hab. Dann machen wir das mal. Und habe ich noch einen, ja, ich habe einen Raycoin und werfe ich den nochmal schnell rein. Vielleicht kriege ich da auch einen Money. Da ist ein Kelch. Raycard in use. Moment, steht das auch fast kaputt. Das muss ich mir gleich nochmal kaputt hauen lassen. So, sag ich mal nebenbei, du hast gerade alle Zombies, ne? Ja. Dann würde ich nämlich einmal kurz gucken. Oh, Todbringer-Drop gibt es tatsächlich. Dann würde ich nämlich kurz einmal gucken, wie man die Atomwaffe noch upgradet. Vielleicht können wir das irgendwie nebenbei noch machen. Ja. Ach, hier ist auch Pack-A-Punch nicht. Warte, dann gehe ich mal kurz in den Workshop rein. So. Workshop. Weil da habe ich jetzt absolut gar keinen Plan. Außer man kann das auch jetzt vielleicht während des Easter Eggs auch schon direkt mitmachen. Dass das quasi das, was wir gerade machen, auch mit zählt dafür. Ja. Das könnte noch sein. So, gucken wir doch mal. Dafür gibt es nämlich auch so ein cooles 60-Sekunden-Video. Rocket Shield. Zack, zack. Full Easter Egg, full Easter Egg. Free Perk-Slot. Atomwaffe Upgrade. Gucken wir doch mal. To upgrade to Atomwaffe in a tournament, you must first, obviously, obtain the Atomwaffe. A 60-second guide to do that-